Willkommen an Bord, der Slave One zum großen Finale von The Mandalorian Staffel 2, Episode 8 oder auch Kapitel 16, The Rescue, die Rettung. Ich bin Christopher und wie immer mit dabei Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Und wir haben euch ja letzte Woche einen besonderen Gast angekündigt und ich kann euch sagen, er ist nicht da. Das passiert halt, ne? Das Leben kommt dazwischen, Pläne ändern sich, was soll man sagen? Wir haben aber ein kleines Trostpflaster. Mit diesem Gast werden wir ein Spezial zu den Clone Wars aufnehmen. Ich hoffe, damit ist das nicht ganz so wild. Oh ja, oh ja. Da bin ich zwar nicht dabei, aber die Jungs werden die Clone Wars Besprechung ordentlich rocken, versprochen. Ich hoffe es. Das wird fantastisch. Ja, das große Finale. Wir sind endlich da. Wir hatten verschiedene Vorstellungen und Erwartungen. Das Internet köchelte über mit Theorien, die auf einen einprasselten. Und dann schauen wir mal, was uns das Finale letzten Endes tatsächlich gegeben hat, ob es zufriedenstellend war und vor allen Dingen, ob es neugierig macht auf die Zukunft von Star Wars auf Disney+. Denn da ist ja so einiges im Anflug. Aber das besprechen wir hinterher ausgiebig. Anyway, wir stürzen uns auch sofort in die Action. Denn nach letzter Woche sind wir ja nun auf dem Weg zu Moff Gideons Cruiser und haben seine Koordinaten. Und die Slave One ist sofort dabei, eine imperiale Fähre abzufangen und zu beschießen. Denn an Bord dieser Fähre befindet sich Dr. Pershing. Derjenige, der ja Grogu das Blut abnehmen soll und auch weitere Tests mit ihm machen soll. Und die Fähre wird tatsächlich abgefangen, aber einer der Piloten weigert sich, ihn zu übergeben. Und er macht einen fatalen Fehler. Er provoziert Cara Dune und sagt, ich hab gesehen, wie Alderaan zerstört wurde. Und es war ein kleiner Preis, den wir bezahlen mussten, um die Galaxis von Terrorismus zu befreien. Und Cara hört sich das nicht gerne an und macht kurz einen Prozess mit ihm. Und das kam mir so vor, als wäre das ein abermals erneutes Setup gewesen für die Rangers of the New Republic Serie. Weil wir können uns ja vorstellen, Cara Dune wird da eine wichtige Rolle spielen. Und dass sie ja auch zum Marshall gekürt wurde und so weiter. Das kam mir vor, als würde man... Es gibt immer wieder diese Momente, wo man sich auf ihre Vergangenheit fokussiert. Und ich glaube eben, das dient dazu. Wie sieht man das? Dann soll es aber auch direkt schon Favreau mitnehmen und das Bass-Frettchen. Dann haben wir ein nettes, ausgelagertes Setting, das nicht ganz so teasergetränkt ist. Ja, das soll halt nicht so werden wie bei Marvel. Also ich hab ja nichts gegen Spin-Offs und eingeteiltes Universum. Aber jede einzelne dieser Geschichten soll bitte auch ihre eigenen Geschichten erzählen und nicht so viel Zeit damit verplempern, andere Sachen anzuteasern. Ich hab eigentlich gar keinen Bock drauf. Und ich hab da auch gar nicht so viel reingelesen. Ich fand's nur sehr... Sie schießt ihm ja da quasi das Gesicht ab oder weg. Und dann war ich schon so, oh, okay, krass. Das ist ja schon fast brutal, was wir hier auf Disney Plus zu sehen bekommen. Das ist es bei Star Wars eigentlich immer. Aber weil du halt Laserschüsse siehst und kein Blut und nichts irgendwie, was an reale Weltgewalt erinnert, kann man da heuchlerischerweise immer so sehr übertreiben, wie man möchte. Sie haben Dr. Pershing, aber das Team ist noch nicht vollzählig. Darum sagen sie sich, wir holen noch ein paar Leute dazu mit unseren vier Mannen. Also vier Mannen und Frauen schaffen wir das nicht. Und sie gehen fliegen beziehungsweise zu Bo-Katan. Bo-Katan und ihr Sidekick. Ich hab ihren Namen vergessen, der wurde einmal, glaub ich, gesagt. Wisst ihr noch, wie die ist? Keine Ahnung. Ja, die Wrestlerin. Hätten wir sie, die Wrestlerin. Ja, Jon Favreau cast gern Wrestlerinnen. Ja, irgendein Fetisch von denen. Die müssen wahrscheinlich gar nicht groß vorsprechen. Acht, du bist eine Wrestlerin. Ja. Zeig dir mal ein paar Boots. Ja, und dann kommt es auch zu einem ihrer Moves. Denn Boba Fett und Bo-Katan und ihre Kollegin sind sich gar nicht grün. Sie beschuldigt ihm halt, kein richtiger Mandalorianer zu sein, was ja auch stimmt. Der ist ja der Klon von Jango Fett. Und das findet sie halt widerwärtig, dass er dann deswegen die Rüstung trägt, obwohl er nie wirklich Teil des Mandalorianischen Glaubens war. Und es kommt zu einem kurzen Handgemenge, aber danach beruhigen sie sich sofort wieder. Denn sie, denn Mando macht ihr ein wichtiges Angebot. Sie kann nämlich das Darksaber wiederbekommen. Sie wollen nämlich bei Moff Gedi, er erklärt ihr den ganzen Plan, dass sie bei Moff Gedi ihn einbrechen wollen. Und sie sagt, ich kriege ich das Darksaber, kann ich Mandalore regieren. Er sagt, alles cool, ich will nur das Baby. Und wir haben hier eine klassische Win-Win-Situation. Und damit macht sich die Crew auch schon auf den Weg. Und sie haben halt den Plan, dass sie so tun, als wären sie die Passagiere in dieser imperialen Fähre. Und die Slave One würde auf sie schießen und deswegen suchen sie ganz schnell Unterschlupf in Moff Gediens Cruiser. Was auch funktioniert und Boba Fett verzieht sich erst einmal. Und ich dachte, war es das jetzt mit ihm, mit der Folge? Aber ja, aha, dazu kommen wir später auch ausgiebig. Ich musste nur kurz bei der Szene, wo sie hier Bukatan gesucht haben, stieß mir sofort den Gedanken, natürlich darf auch in dieser Folge eine Bar-Szene nicht fehlen. War das wirklich eine Bar? Ja, ich glaube schon. Ich habe keine Theke gesehen. Das sah eher aus wie so ein Jugendtreff. Ein Jutz, wo das heimlich unter der Theke ausgeschenkt wird. Komm, wir hatten kein Tatooine, deswegen braucht es zumindest einen Bar-Ersatz. Ja, irgendwas, wo die abhängen, mein Gott. Darum geht es wahrscheinlich einfach nur. War vielleicht auch irgendwo eine Firmenkantine oder sowas, weiß man ja nicht genau. Sitzsack wäre zu peinlich gewesen, deswegen. Ja, es wurde immerhin keine dämliche Musik gespielt und es gab kein Handgemenge mit irgendwelchen Aliens im Hintergrund. Die Szene war sehr low-key, die Szene war sehr auf das Wesentliche fokussiert. Das hat mir gefallen. Ja, weil man dann diese kleinen Auseinandersetzungen, die sich da doch kurz auftun, die hätte man sich auch vielleicht sparen können. Aber, pah. Ja, aber so richtig, wirklich. Das war einfach nur, ich weiß nicht mal, das war ja noch nicht mal unterhaltsam. Ich meine, das war so ein bisschen, ein bisschen Gekloppe hier und da und das war echt, ich weiß auch nicht. Ich scheine dir irgendwie zu glauben, unser Publikum besteht halt nur aus ADHS-Kits, die sofort das Interesse verlieren, wenn eine Dialogszene mal länger als drei Minuten geht. Das war echt überflüssig. Der Plan gelingt jedenfalls. Die Fähre landet in dem Cruiser. Die Rampe geht runter und die Ladies und Mando stürmen sofort raus. Und es gibt mal wieder eine Ego-Shooter-Action-Sequenz, denn die Stormtrooper sind mal wieder überaus nützlich und können wirklich ihre Stärken präsentieren in diesem Feuergefecht. Und man hat für einen kurzen Moment wirklich das Gefühl, oh nein, Mando und die Ladies sind verloren. Zu viele Stormtrooper, was können sie nur tun? Nein, natürlich, die Stormtrooper werden wir immer umgemäht wie nichts. Ja. Was soll man da jetzt noch groß zu kommentieren? Ja, das war halt der Filler-Teil dieser Episode. Genau wie die Anfangsstreiterei. Irgendwie müssen wir die 40 Minuten vollkriegen. Ach, Stormtrooper. Ach, blödige Konflikte. Wenn ich das etwas, was ich nicht mehr sehen will in den kommenden Serien, weniger endlos sehen, wo Stormtrooper umgemäht werden. Das ist mittlerweile mein Kritikpunkt Nummer eins. Ja, irgendwie, irgendwie schon. Auch wenn sie, also dann, ja, okay, also ich kann ja den, zumindest das verstehen. Ja, wir wollen hier, da sind viele an Bord und wir wollen zeigen, dass die, aber dann mach doch nicht solche so offensichtliche Szenen. Also wie, wenn sie den Gang dort reinrennen und unsere Protagonisten schießen zweimal und gefühlt 50 Leute fallen um. Ja, es ist halt für die, es ist halt, wie ich es immer nenne, Ego-Shooter-Action-Sequenzen. Es geht nicht wirklich darum zu zeigen, die Protagonisten sind in Gefahr, sondern du hast halt ein bisschen Budenzauber. Einfach nur visuelles Spektakel. Und dann treilt sich das Team erstmal auf. Die Ladies wollen die Kommandobrücke einnehmen. Also Fennec Shand, Bo-Katan, Cara Dune und Bo-Katans Helferin. Mein Gott. Ja, die Mädels regeln das. Ja, aber das, das fand ich wirklich interessant. Da habe ich mit Kollege Dom auch kurz drüber gesprochen gestern noch. Du hast in dieser Show sehr starke Frauenfiguren, aber es wird dir nicht so penetrant aufs Brot geschmiert. Also es gibt in der Serie so gesehen keine Gender-Politik oder halt eine Feminismus-Botschaft mit dem Holzhammer. Das, das möchte ich wirklich positiv hervorheben. Ja, also wobei mir die Frauencharakter jetzt auch nur so ... Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber sie ... Dr. Pedro hat die Charaktere dezent unterfüttert, deswegen sind sie dir ein bisschen egal. Ja. Ja, so kann man es sagen. Also das stimmt, das stimmt, aber es muss man denken, das ganze Team hier besteht eigentlich neben Mandu nur aus Frauen. Und über die ganze Staffel waren halt auch mal starke Frauenfiguren verteilt. Auch ja, die eine Folge mit Ahsoka und dergleichen. Und wenn man bedenkt, was sich die Fans alles anhören mussten bezüglich ihrer Reaktionen auf The Last Jedi und die Sequel-Trilogie, von wegen ihr hasst Rey, weil sie eine Frau ist. Und so viel Sexismus im Star-Wars-Fandom und all dieser Blödsinn. Dann, nein, starke Frauen sind cool, bitte zeig uns starke Frauen, aber hau uns nicht diese Botschaft immer und immer wieder über den Kopf und zeig halt, dass andere Figuren neben ihnen einfach nur inkompetent wirken und immer von ihnen in ihre Schranken verwiesen müssen. Das war es, was, glaube ich, den meisten Fans sauer aufstieg. Ich kann da jetzt sogar einen anderen Vergleich ziehen. Rey war eben so overpowered wie Captain Marvel. Die hat gar nicht großartig eine Ausbildung genossen. Okay, Luke auch nicht. Trotzdem, Rey wirkte halt eben wie eine overpowerte Frauenfigur, die einfach nur Heldin ist, weil sie eine Frau ist. Und diese hier, wenn man dann auch die dazugehörigen Serien kennt, dann hat man den nötigen Background, um da ein bisschen mitfiebern zu können, wirken organischer in die Story eingewoben. Absolut. Also, das fehlt mir dann eben komplett, weil, lustig, dass ihr den gerade in den Vergleich zu Rey zieht, ich fand Rey als starke Frauencharakter und auch als, ja, eben als Frau, die eben Heldin ist, viel besser und eindrucksvoller als alle, die ich hier gesehen habe. Ja, weil du halt Rey im Laufe dieser drei Filme deutlich besser kennenlernst und mir fehlt halt hier, wie du sagst, der Background bezüglich der animierten Serien. Aber es gibt halt nicht solche Momente wie in Last Jedi mit Admiral Holdo und Poe Dameron, wo halt jemand die ganze Zeit von ihrem Kopf kürzer gemacht wird, denn sie weiß alles besser und dies und das. Ich meine, das ist ja irgendwo auch interessant. Ich will ja auch keine perfekten Helden sehen, die alles können und nichts dazulernen. Oder keine Mary Seuss. Genau. Nur es ist halt schon sehr toll, wie das hier eingewoben wird, wie Patrick gesagt hat, ohne, dass es zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und es einfach organisch ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Diese Figuren sind halt in ihrer Toughness glaubwürdig und wollen nicht allem ihren Stempel aufdrücken. Diese Figuren sind wie Sarah Connors oder Alan Ripley's. Halt, es ist einfach selbstverständlich, dass sie so sind und man nimmt es auch so wahr. Und das finde ich gut. Sarah Connors und Alan Ripley's hatten dann aber irgendwann auch ihren Moment, wo sie sich ein bisschen mehr emanzipieren wollen. Und mit diesen Ikonen würde ich die noch nicht messen. Nein, es sind ja auch Nebenfiguren in dieser Show. Der Fokus liegt nicht auf ihnen. Sie bekommen ja auch zu wenig Raum, um hier zu zeigen, was sie alles können, wer sie sind. Das ist ja auch... Mando hat ja auch... Nimmt sich ja auch... Die ganze Serie nimmt sich ja auch nie die Zeit für ausgiebiges Charakter-Development, für egal wen. Es ist... Ja. Ich hab mir auch dazu... Kann ich eigentlich gleich hier aufschreiben. Ich hab mir dazu aufgeschrieben. Ich hatte das Gefühl, Mando war in dieser Folge so egal oder so nutzlos wie fast noch nie. Er ist halt ein Mann weniger Worte und ein Mann mit klaren Prioritäten. Das stimmt. Aber ich finde schon, der Moment am Schluss, der hat mir doch eine Menge gegeben. Aber da sind wir doch nicht. Moff Gideon weiß jedenfalls, was passiert. Ihm sind die Eindringlichen im Schiff bewusst und er sagt sich, aktiviert die Dark Trooper. Und dieses Mal... Ja! Und dieses Mal endlich früher. Und da hab ich mir auch gedacht, ja! Ja, jetzt! Trotzdem musste er vorher wieder ein paar Stormtrooper verheizen. Ja! Steht da irgendwas auf der Geheizliste? Du darfst die Dark Trooper nur einsetzen, wenn mindestens 20 Stormtrooper vorher gestorben sind? Ja, wahrscheinlich. Aber diesmal hat er sie wenigstens eingesetzt, um gegen sie zu kämpfen und nicht nur, keine Ahnung, um den Müll rauszubringen oder so. Ja, das fand ich auch toll, dass wir da auch eine coole Formationsszene bekommen. Ich liebe Formationsszene, wenn sich Armeen bewaffnen, aufstellen, in Reihe und dann anfangen zu marschieren. Ach, ich hatte da so ein dezentes Battlestar-Feeling. Also du hast hier Kate Sackhoff und du hast hier Androiden, die Amok laufen. Ich hatte da echt so ein dezentes Battlestar-Galactica-Feeling. Hab ich nie gesehen. Mich hat's dann später, wenn Mandu dann gegen so einen kämpft, da hab ich die ganze Zeit gedacht, er kämpft gegen einen Terminator oder so. Ja, dieses völlig unterpowert sein und nach jedem erdenklichen Hilfsmittel suchen. Mandu steht jedenfalls vor der Zelle der Dark Trooper. Sie marschieren, er will die Tür wieder schließen. Ein Dark Trooper kriegt die Hände zwischen die Tür und kann rausmarschieren, während sich die Tür hinter ihm wieder schließt. Und während die anderen Dark Trooper, als ob sie auf rhythmische Trommeln einhauen würden, gegen die Glasscheibe hauen, um da durchzukommen, muss sich Mandu ein Solo-Gefecht mit einem der Dark Trooper liefern. Und das war doch recht intensiv. Das hat mir gefallen. Das hat mir auch. Der kam auch noch mal schön, also da hab ich mal die Bedrohung abgenommen. Das war schon furchteinflößender als jetzt. Ja. Er muss ordentlich einstecken. Wenn auch der Dark Trooper nicht sonderlich adaptionsfähig war. Ich meine, man hat die nicht so programmiert, dass die irgendwie die Schwachstellen des Feindes finden können. Nachdem er endlos auf den Helm eingeschlagen hat, hätte der auch merken können, da passiert irgendwie nichts. Ich sollte vielleicht einen Arm brechen. Wenigstens hatte er den Helm auf, sonst wäre der Kopf schon wieder matsch geworden. Ja, aber dass der Dark Trooper halt nicht merkte, das bringt irgendwie nichts. Aber gut, er hat, Mando schaltet den Flamethrower ein, das bringt auch nichts, versucht ein paar andere Dinge. Und der Beskar-Stab. Da ein Gott, das Beskar. Warum baut in dieser Galaxis eigentlich nicht jemand komplette Raumschiffe nur aus Beskar, wenn das geht? Man wäre ja dann wirklich unbesiegbar. Der Stoff ist ja angeblich so selten, auch wenn es jeder zweite Planet hat. Das ist wirklich schwierig zu definieren. Man muss irgendwie gucken, wo ist das Beskar? Wo kann man das fördern? Mich erinnert das wirklich an das Drachenglas, jetzt mittlerweile von Game of Thrones. Richtig. Ja, und dieser Dark Trooper war quasi ein weißer Wanderer, der mir dann durch den Körper gesteckt hat, diesen Speer. Ja. Und damit ist der Dark Trooper auch ausgeschaltet. Mando rennt dahin zur Tür und schaltet eben die Luke ein. Sie geht auf und die Dark Trooper werden rausgesogen. Und die kollektive große Enttäuschung macht sich breit. Oh ja. Also ich hab auch klar, ist das euer Scheißernst? Jetzt fliegen die da alle raus, das kann doch nicht wahr sein. Aber zum Glück kommen sie ja noch mal wieder. Eben. Und das war ziemlich cool. Ich meine, ich glaube, die wussten, dass sie da mit den Erwartungen spielen. Die haben die so gehypt und dann scheißen die, fliegen die raus. Und dann verkacken die das mit denen. Aber nein, darüber hatte ich in dem Moment gar nicht nachgedacht. Die können ja logischerweise fliegen. Wir haben sie ja vom Cruiser runter auf diesen Planeten fliegen sehen, als sie Grogu entführt haben. Aber da hab ich in diesem Moment gar nicht mehr drüber nachgedacht. Nee, ich auch nicht. Ich hab gedacht, ja gut, alles klar, jetzt bin ich frustriert. Die haben doch direkt am Anfang gesagt, ihnen wurde die Menschlichkeit genommen, also haben sie keinen Makel mehr. Mir war das klar. Nee, in dem Moment hat mein Echsenhirn nicht so weit schalten können. Das hab ich ... Schaltreptiloid. Mando begibt sich jedenfalls zum Zellentrakt. Und da wartet Moff Gideon in bester Schurkenmanier schon, hat das Darksaber ausgefahren, hat Grogu als Geisel und spricht über den Bund zwischen Mando und Grogu, sagt, er weiß einfach alles über ihn. Und sagt überraschenderweise, alles ist cool. Ich hab bekommen, was ich wollte. Wir haben sein Blut analysiert. Was mich dann stutzig macht bezüglich Dr. Pershing, wenn Moff Gideon wirklich schon alles hatte von Grogu, warum war Dr. Pershing dann auf dem Weg dahin? Sollte er ihm nicht das Blut abnehmen und ihn weiter analysieren? Vor allem, wenn es nur um diese eine Blutprobe geht, wieso ersetzen die sich nicht zusammen und sagen, hier, dürfte ich eine Blutprobe von ihm haben? Nö, wir müssen uns erst mal schlagen in bester Civil-Worm-Manier. Ah, äh, es geht aber auch darum, dass man dem Imperium oder imperialen Splittergruppen einfach nicht helfen sollte. Also auch bei Mando ist da so dieser Hass auf das Imperium gewachsen. Und deswegen ist er ja auch da eingedrungen in der ersten Staffel und hat Grogu da befreit. Ich glaub nicht, dass man mit denen irgendwelche Deals aushandeln sollte. Die streben ja nach wie vor nach totaler Dominanz. Also jeder, der mit dem Imperium Deals macht, der unterschreibt damit seinen eigenen Untergang. Außer Lando Calrissian, der hat sich dann irgendwie rausgeschummelt. Ja, und was hat er am Ende davon gehabt? Ja, das war gut, ja. Hatte halt null Rückgrat. Und dann sagt Mufgiedi, nimm ihn, nimm ihn einfach. Ich hab, was ich wollte. Und ich war schon, ah, wirklich jetzt, du vertraust darauf? Okay, dann vertrau darauf. Er nimmt sich Grogu, Mufgiedi fährt das Darksaber aus und kloppt auf ihn ein. Und ist ihm nicht klar, dass Beskar geschützt ist oder dass das Darksaber Beskar nicht durchdringen kann? Wahrscheinlich wusste er das nicht. Überraschend wenig Leute wissen das. Er kloppt jedenfalls weiter auf ihn ein. Mando zieht den Speer. Und wir haben das erhoffte Duell zwischen den beiden. Was, finde ich, ein relativ cooler Kampf war, nur es war relativ schnell vorbei. Und es wurde ziemlich dumm eingeleitet. Ich fand ihn, ehrlich gesagt, ein bisschen unterwältigend und war irgendwie mehr gepackt von dem Dark Trooper vs. Mando Fight. Ja, der war auch besser. Ich weiß nicht, was die Absicht war, aber Mando gegen Mufgiedi war etwas, wo wir schon seit einigen Folgen drauf hingearbeitet haben. Ja, eine Staffel lang. Ja, und dann war das unterwältigender als ein Fight, der nur als Mittelsequenz diente. Ja, und irgendwie hatte ich auch bei Mufgiedi das Gefühl, dass es ihn alles nicht so richtig zu interessieren schien. Also klar, er hat ja gesagt, er hat was, aber irgendwie kann man mir auch als Bösewicht da nicht so richtig überzeugend drüber. Ach, was in der Folge mit Mufgiedi gemacht wird, ist halt Giancarlo Esposito nicht würdig. Das ist nicht diesem Bösewicht würdig. Ich meine, Darth Maul hatte den Dark Saber, Bukatan hatte den Dark Saber, und dann soll dieser Lappen plötzlich irgendwie an dieses Dunkelschwert gekommen sein. Ich fand das unbegreiflich. Wie kommt der da dran? Hat er das durch Zufall auf den Müll gefunden? Ja, da muss es doch irgendeine der zukünftigen Shows geben, die da Erklärungen liefern werden, die irgendwie dazwischen spielen davor. Da muss doch irgendwas kommen. Ich hab halt gestern Rebels beendet. Das Letzte, was ich gesehen hab, war, dass Bukatan dieses Dunkelschwert hatte. Und danach gibt's so eine Wissenslücke. Wie ist er da rangekommen, wenn er so ein Lauchboy ist? Ja, wäre Grund, das zu erklären. Würdestoff bieten für mehr. Ich meine, jede Kleinigkeit im Star-Wars-Universum von einer eigenen Plattform. Jetzt hab ich noch die Prüche der Pandora geöffnet. Ja, du weißt ja, die hören uns ja zu. Die hören uns zu. Und die notieren sich alles, was wir sagen. Und dann wird das Jon Favreau natürlich schreiben und mit Peyton Reed drehen, damit wir auch alles erklärt bekommen. Genau, du siehst jetzt auf einmal so einen Szenenwechsel. Währenddessen in der Walt Disney-Zentrale in Burbank, Kalifornien. Oh nein, Patrick hat sich beschwert. Scheiße. Irgend so ein Typ hört sich unseren Cast an. Yeah, these guys said again they want to know where he got the saber. Write it down. Mando besiegt jedenfalls Moff Gideon und schleppt ihn als Geisel und zusammen mit Grogu auf die Kommandobrücke, die Burkatan und die anderen mittlerweile eingenommen haben, will Burkatan das Darksaber übergeben. Und dann kommt in Burkatan doch die Traditionalistin durch. Ich meine, sie war diejenige, die zu Mando gesagt hat, du musst den Helm nicht immer tragen. Man kann das mit der Mandalorianerschaft auch ein bisschen lockerer sehen. Aber nein, die Tradition besagt, dass das Darksaber nicht einfach übergeben werden kann. Man muss es im Kampf gewinnen. Und deswegen steht ein Kampf aus zwischen Mando und Burkatan in naher oder auch ferner Zukunft. Dazu kann ich jetzt mal eine Facts beisteuern. Ich habe eine Folge gesehen, da hat Sabine, das ist eine andere Mandalorianerin, diesen Darksaber zufällig gefunden. Und auch sie durfte den nicht annehmen, weil sie diesen Saber nicht in einem Kampf erbeutet hat. Deswegen galt die da auch als unwürdig und musste sich erst mal beweisen. Also das ist eine Tradition, die nehmen wohl alle Mandalorianer richtig, richtig ernst. Okay, okay. Da gibt es halt dann, wo man locker sein kann und wo man es ernst nehmen muss, da gibt es dann halt Grenzen. Bingo. Ist verständlich. Ist wie mit dem jeweiligen neuen Papst. Er kann immer sagen, hier bin ich ein bisschen lockerer, aber alles in allem hassen wir doch alles, was anders ist. Punkt. Und dann bleibt diese Situation erst mal offen, denn die Dark Trooper kommen zurück. Sie kommen zurück, landen, marschieren zum Tor und hämmern darauf ein. Und du denkst, ja, die haben mit uns gespielt. Die Dark Trooper sind bereit. Moff Gideon hat eine diebische Freude und sagt, alle werden hier bald tot sein, außer mir und dem Kind. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Und du denkst dir, wie wird dieses Gefecht jetzt aufgelöst? Was wird passieren? Aber dann erinnern wir uns ja, Grogu hatte den Call. Grogu saß auf diesem Stein und rief nach einem Jedi. Und ich hab in diesem Moment auch nicht mehr darüber nachgedacht, ja, diese Plotline muss ja auch noch aufgelöst werden. Wir wissen ja noch gar nicht, wer von Grogu da erreicht wurde und wer ihn finden wird. Und dann, diese Theorie wurde so oft im Internet geäußert. Und ich hab immer gesagt, nein, das machen sie nicht. Das ist zu offensichtlich. Oder auch vom Budget her ist das nicht möglich. Und wir wissen ja, diese Technologie ist ohnehin noch nicht ausgereift genug, wenn es um De-Aging oder Deepfake-Gesichter geht. Und in vielen modernen Filmen sieht das ja immer noch nicht so gut aus. Man erinnere sich an die Reaktionen auf The Irishman. Oder an Agent Coulson bei Captain Marvel. Ja. Wobei, bei Marvel sah's ziemlich gut aus. Bei Samuel L. Jackson, ja. Bei Agent Coulson war's dann schon ein bisschen Fremdscharm. Und auch der junge Robert Downey Jr. am Anfang von Civil War finde ich sah auch ganz gut aus. Ja, ein X-Wing-Flieger. Ein einzelner X-Wing-Flieger. Kommt an, landet. Und es steigt eine in den Umhang und in die Kapuze gehüllte Gestalt aus. Und du denkst dir, das ist jetzt irgendein Jedi-Ritter. Aber wer ist es? Ist es doch Ahsoka oder wer könnte es sein? Ich wollte es halt einfach nicht glauben bis zum letzten Moment. Ach, mir war's schon ab dem X-Wing und ab der Farbe des Lichtschwerts klar, wer der Telefon-Joker ist. Das ist dieser Baby-Yoda-Anruf. Ey, Leute, ich hab keinen Bock mehr auf die Schuhe. Holt mich da raus. Vor allem dann noch die schwarze Hand. Komm. Ja, es hat sich bei mir ganz, ganz langsam aufgebaut. So, die Figur steigt aus dem X-Wing auf. Ich sage nein. Ich sehe, die Figur trägt einen Handschuh an einer Hand. Ich sage immer noch nein. Ich sehe das grüne Lichtschwert und auf einmal, oh mein Gott. Und ich denk mir, wieso machen die jetzt immer noch so ein Geheimnis draus? Wie scheiße muss das CGI jetzt grad sein? Ich hab mir, ich hab mich das Ganze tatsächlich selbst gespoilert, weil ich gucken wollte, wie lang der, wie lang die Folge geht und wann der Abspann losgeht. Und hab genau die Szene seines Face-Reveals erwischt. Oh! Da hast du mir gedacht, ah, alles klar. Ja. Ja, man darf vor allen Dingen an dem Tag, an dem eine neue Episode erscheint, nicht auf YouTube gehen, weil dann kriegst du dann auch Reaction-Videos empfohlen oder einzelne Ausschnitte schon als Clip hochgeladen. Seid da immer ganz vorsichtig. Man darf an dem Tag, wo man eine neue Serie generell sehen will, die vielleicht ein bisschen was zu bieten hat, erst mal nicht auf Facebook gehen, bis man diese Folge gesehen hat. Gerade bei Game of Thrones, geht sieben Uhr rein. Oh shit, du kriegst da die Spoiler um die Ohren gehauen. Also, meine Social Media, wenn ihr irgendeine Serie frisch sehen wollt, über die die halbe Welt diskutiert. Gefährlich. Mhm. Es ist tatsächlich der Jedi schlechthin, der Junge von Tatooine, Luke fucking Skywalker. Er schlachtet sich durch die Dark Trooper, wie Jedi-Ritter in Episode 1 durch die Druiden der Separatisten. Also wirklich mit links. Er zerfaltet sie mit der Macht, schneidet sie in zwei Hälften, steht vor der Tür. Mando sagt, mach die Tür auf. Auf alle anderen sind dagegen, aber er weiß, es gibt keinen Grund zur Furcht. Denn Grogu streckt auch schon die Hand zu diesem Bildschirm aus, wo man ihn sehen kann. Grogu merkt, das ist die Person, auf die ich gewartet habe. Sie öffnen die Tür. Er kommt herein, nimmt die Kapuze ab. Und ja, da haben wir halt unseren Deepfake-Luke. Und ich sage, in bestimmten Standbildmomenten ist das relativ überzeugend. Wo diese Technik teilweise immer noch nicht ganz ausgereift ist, ist sobald, kann man sehen, sobald diese Figuren anfangen zu sprechen. Weil habt ihr da mal auf die Lippenbewegungen geachtet? Apropos Lippenbewegungen. Mich hat es ein bisschen rausgerissen, dass diesmal nicht von Hans-Georg Pantschak gesprochen wird. Da dachte ich auch, nee, schade, das hat es für mich ein bisschen geltsam. Ja, da habe ich mich auch gefragt, woran lag es? Vielleicht konnten die den nicht kriegen für diesen einen kurzen Tag. Oder Covid-bedingte Auflagen. Dass er deswegen nicht kommen konnte, das war eine milde Enttäuschung. Er sagt jedenfalls, der Kleine kann mit mir kommen. Er hat Talent, aber er muss trainiert werden. Grogu weigert sich zuerst und Mando hebt ihn hoch und sagt ihm, es ist schon okay, die werden sich um dich kümmern. Zu diesen Leuten gehörst du. Und er nimmt abermals den Helm ab. Und da war ich schon okay. Wir hatten jetzt diese Beziehung zwei Staffeln lang aufgebaut. Das ist jetzt der emotionale Pay-Off. Wie die beiden sich voneinander verabschiedet haben, das hat mich schon gekriegt. Das fand ich schon schön. Ja, das war wirklich schön gemacht. Auch wie er dann wirklich bereitwillig die Maske abzieht und der Kleine Grogu da die Hand danach ausstreckt. Ja. Wir werden uns wiedersehen irgendwann. Ach komm. Staffel 3.1. Der Mandalorianer wird zu All-By-Myself mit dem Bällchen rumspielen. Und dann kommt Grogu an in Verbindung mit Luke. Ey, du hast noch sein Spielzeug. Und dann werden sie wegfliegen. Oder die Bindung zu Luke bzw. zu Mando ist so stark, dass er ihn dann doch nicht trainieren kann. Ich glaub nicht, dass Grogu lange wegbleiben wird. Ja, um Kollege Dom zu zitieren, abwarten. Wenn dann die Serie anfängt, dann Popularität zu verlieren, heißt es mit einem Harz, bring back Grogu. Okay? Wir verkaufen weniger Merch, wir haben weniger Klickzahlen, bringt den kleinen Scheißer zurück, verdammt noch mal. Naja. Aber ich stimme euch zu, dieser kleine Moment da, wo er seine Maske abnimmt, das hat noch mal, das hat diesen, auch wenn's nur kurzer Schott auf sein Gesicht war, hat das das Ganze eigentlich noch mal gut abgerundet. Ja, weil du brauchst einfach emotionale Reaktionen, du brauchst Gesichtsausdrücke. Das hätte nicht funktioniert mit dem Helm auf. Wie Dom gesagt hat, das hätte dann tatsächlich das perfekte Serienende für Mandalorian sein können. Staffel 3 ist ja angekündigt. Wir gehen ja nachher. Wir werden es in die Länge ziehen. Und wenn sie es dann auf andere Mandalorianer abwälzen, aber ich denke nicht, dafür ist halt Grogu viel zu beliebt. Dann gibt es auch noch die nächsten Cameo. Wir sind noch nicht fertig mit dem Nostalgie-Gemelke. R2-D2 kommt rein und kann ein bisschen mit Grogu kommunizieren und nimmt ihm scheinbar die Angst, dass er bereit ist mitzugehen. Luke nimmt ihn hoch, bringt seine Catchphrase, möge die Macht mit euch sein, geht hinfort. Und damit war es das. Wir haben ein sehr, sehr melancholisches Ende. Ein Ende, das, wie du gesagt hast, sich tatsächlich als großes Finale anfühlen könnte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt in Zukunft sehen werden. Und vor allen Dingen, wie wird es aufgeteilt? Denn wir haben Ankündigungen ohne Ende. Vor allem dann im Abspann haben wir noch andere. Denn wir sind noch nicht fertig. Der Abspann läuft dieses Mal ohne die coole Musik, sondern eine melancholische, eher bedächtige Version der Musik. Und vor allem ohne Konzept an uns diesmal. Richtig, genau. Ohne und. Ja, wo sind die Storyboards? Gib mir die Storyboards. Das hätte ich lieber gesehen, als was ich stattdessen gesehen habe. Sonst hätte die Folge eine Eins-Plus bekommen. Ohne die Storyboards bekommen sie jetzt ein Ungenügend. Echt, ey. Bringt wieder die Storyboards zurück. Für jede Serie in Zukunft, ist das klar? Einfach eine Serie, nur mit den Storyboards. Oh ja. Disney Star Wars Storyboards. Eine Doku-Serie. Das könnte auch eine Show aus den Dinos sein. Die Storyboard-Show und dann nur Bilderberieselung. Ja, wir haben eine Szene nach dem Abspann. Relativ ungewöhnlich. Denn wir sehen Jabas Palast. Und wir sehen dort den sich seinem ehemaligen Herren angepassten Bip Fortuna auf Jabas Thron. Der gesagt hat, wenn ich jetzt hier den Job meines Meisters einnehme, dann muss ich auch seine Körperfülle haben. Denn Bip Fortuna hat ordentlich zugenommen. Was mich sofort irritiert hat. Weil war Bip Fortuna nicht in Rückkehr der Jedi-Ritter ebenfalls auf dieser Baracke, mit der sie zum Sarlacc-Pit geflogen sind? Und ist Bip Fortuna nicht auch dabei gestorben, als das Ding explodierte? Boba Fett galt auch jahrelang als Tod. Das hat sie nicht davon abgehalten, das zurückzuholen. Wen hätten sie sonst mitzunehmen können? Hätten sie dieses kleine Feed, das da um Jabas Schwanz war und den dann auf den Thron? Das hätt ich echt noch besser gefunden, jetzt, wo du es sagst. Salacious Crump. Ja, den hätt ich echt lieber gesehen, als Bip Fortuna. Ja, ich mein jedenfalls, Bip Fortuna ist auch da bei der Szene damals ums Leben gekommen. Weil bei Boba kann man das ja erklären. Er fiel nur ins Sarlacc-Loch, er konnte sich daraus befreien. Aber Bip Fortuna war auf einem Gleiter, der explodiert ist. Da hätt ich gerne eine Erklärung gehabt. Es gibt jedenfalls Schüsse. Fennec Shand kommt rein, befreit auch die Twi'lek-Sklavin von Bip Fortuna, schießt die Kette durch. Und dann kommt Boba. Und er sagt zuerst, hey, da bist du ja wieder, ewig nicht gesehen, altes Haus. Wir dachten, du wärst tot, was geht so ab? Und BAM! Boba ist wie immer ein Mann weniger oder gar keiner Worte, knallt Bip Fortuna ab, schmeißt ihn vom Thron und macht es sich da gemütlich. Und wir kriegen die Grafik eingeblendet. The Book of Boba Fett kommt Dezember 2021. Ich find's jetzt, ach, ich find's grad schade, wo der Original, der Klassik Boba Fett gestorben ist, dass die mit so einer Sequenz ankommen, die total out of character ist. Also schon allein wie Boba Fett auf den Thron schlendert, da hat er wahrscheinlich irgendwie die Anweisung bekommen, Lauf irgendwie zwischen lässig und autoritär auf den Thron, so unbeholfen setzt er sich da auch drauf. Naja, aber man wollte den Shot am Ende. Ja, natürlich für den Shot und für den billigen Teaser. Trotzdem, das ist so out of character von Boba Fett für einen Kopfgeltiger, der sich eher im Hintergrund aufhält, dass der jetzt einen so auf Oberzuhelltheim macht. Das ist sehr befremdlich für Boba Fett. Ich denke, wenn man jahrelang in einem riesigen Erdmonster lag und dabei war, verdaut zu werden, kann man seine Prioritäten schon mal überdenken und sich vielleicht denken, ich hätt jetzt doch ein größeres Stück vom Kuchen. Ich werd jetzt auch ein Crime Lord. Wie du's letztens noch gesagt hast, der ist doch eigentlich ein Ehrenmann. Also, das passt nicht zu ihm. Ja. Ich fand es, ja, also darüber hab ich auch gar nicht mehr nachgedacht, weil natürlich wollte man diesen Shot zeigen, wie er dort sitzt und dann diese coole Einblendung da machen. Da hab ich gedacht, ja, macht's doch. Ist mir doch egal. Weil das ist das Ding, was ich mich am meisten frage. Was genau ist The Book of Boba Fett? Ist es eine neue Serie? Dann ist es komisch, dass sie nicht bei dieser Disney-Präsentation angekündigt wurde. Ist es eventuell der erste Star-Wars-Film, der gar nicht ins Kino kommt und sofort zu Disney Plus wandert? Oder ist es die Staffelübergabe? Exakt. Oder ist es sogar The Mandalorian Staffel 3, wo der Fokus jetzt auf Boba Fett liegt? Kann ja durchaus sein. Ich mein, es deckt sich mit dem Veröffentlichungsdatum. Richtig, so hab ich's auch gelesen. So hab ich's auch gelesen, dass es dann ... Ist dann für all diejenigen Zuschauer, wobei, wer kriegt das jetzt nicht mit, aber für all die Zuschauer, die das jetzt nicht mitkriegen und dann in einem Jahr wieder einschalten und dann plötzlich Boba da die Hauptrolle übernimmt. Dann, häh? Ja, das kann man ja nicht ... Man kann ja nicht einfach da so einen radikalen Cut machen. Du kannst ja nicht sagen, Mandalorian Staffel 3. Erste Folge geht los. Und du siehst die ganze Zeit nur Boba Fett, wie er sich da sein Verbrechersyndikat aufbaut. Und alle, wo ist Mando? Was geht hier ab? Ich könnte mir das gut vorstellen. Mhm. Ich könnte mir auch dieser ... Weil wir haben ja drüber geredet, dass diese Episode schon wie so ein kleiner Abschluss wirkt. Und auch, dass man noch mal Mandos Gesicht gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, ich würd's ... Ich weiß echt nicht, ob ich dann weitergucken würde, weil es mich einfach so null interessiert. Es könnte aber auch sein, dass dieser Krieg auf Mandalore, der mit Bo-Katan angeteasert wurde, vielleicht dann erst mal losgeht, dass dann unser Mandalorianer bei Bo-Katan seine Schuld ableisten muss und in diesem Krieg hilft. Und dann kommt irgendwie am Ende der ersten Folge Luke mit Skrugu ums Eck. Und er ist dann noch zufällig, wie der Vater, wie der Willen, während der Krieg ist. Wie, es gab doch die ... Es gibt doch eine Bo-Katan-Serie, oder? Nein, die wurde nicht angekündigt. Ach nein, okay. Eine Ahsoka-Serie wird kommen. Dann, ja, ich weiß. Das ist die einzige, die ich so in meinem Gedächtnis hinterlegt habe. Also, Bo-Katan ist eine Figur bei Rebels, ja. Ja, weil ich überlegt hätte, dann hätte Mando ja da quasi einsteigen können. Wenn's dann jetzt um, keine Ahnung, um Mandalore und so geht. Also, das genaue Konzept, das die halt angekündigt haben, ist, neben den ganzen anderen Animationsserien, die kommen werden, The Bad Batch, A Droid Story, etc., wirst du halt neben Mandalorian Staffel 3 Rangers of the New Republic und Ahsoka haben. Die beiden Serien spielen in der gleichen Timeline und die Charaktere werden sich auch gegenseitig besuchen. Mando wird also hier und da auch vorbeischauen. Und dann sollen diese drei Serien halt in einem Event kulminieren. So wie bei den Netflix-Marvel-Serien mit The Defenders. Es soll dann eine Show geben. Oder bei den DC-Serien Arrow, Flash. Genau. Dann sollen die dann alle zusammenkommen. Ich würd sagen, wir kommen aber erst mal zu unserer Gesamtwertung, bevor wir dann tiefer ins Star-Wars-Universum einsteigen. Oh mein Gott, stimmt. Stimmt. Dann wären wir schon fast, ja. Stimmt, diese letzte Episode. Okay. Punkte Bewertung. Ihr könnt vergeben. Null bis fünf. Deepfake-Gesichte. Ich weiß, was Paul gleich sagt. Patrick. Ja, jetzt. Nein, ich wollte gerade sagen, jetzt wollten wir ja unseren Gast vorschieben. Ja. Ja. Jetzt musst du doch wieder ran, Patrick. Schade. Nach dieser Folge möchte ich die letzte Folge um 0,5 anheben. Das ist dann eine 3,5. Und diese Folge wären da fähige Drehbuchautoren in der Staffel am Werk gewesen. Dieser emotionale Moment hätte uns auch mit einer größeren Wucht erwischt. Und so war es wirklich ein schöner Moment. Aber er war unterfordert. Mandalorian und alle diese Charaktere sind irgendwie zu Nebendarstellern verkommen, weil man so viele Charaktere hatte. Sogar unser Bösewicht ist zu einem Nebendarsteller verkommen. Das war wirklich eine reinste Teaser-Show, die in allen Belangen irgendwie schon unterwältigend war. Also das war für mich so eine 3 von 5 Deepfaces irgendwie ja nett. Es ist solide. Es wäre ein williges Ende. Aber da wäre noch ein bisschen was mehr drin gewesen. Ich, also das war für mich war es so eine, ja fast dreine Action-Episode eigentlich mit dann eine ordentliche Prise noch, ja, also Star Wars in your face, sag ich mal. Mir hat die besser gefallen als diese Action-Episode, die hier Robert Rodriguez gemacht hat, weil die hat sich hier nicht so gehetzt angefühlt. Ich finde, da hat man zumindest da geschafft, irgendwie eine Balance zu schaffen. Ja, die ganzen Momente, die haben mich, ja, ich fand es schon cool, wie auch die Lichtschwerte wieder geschwungen. Aber ich habe dann auch irgendwie, keine Ahnung, da, das hat für mich dann fast zu sehr getrieft von hier, das ist was für die Fans. Und da hatte ich so eine Mischung aus, boah geil und nee, eigentlich will ich das jetzt vielleicht doch nicht so sehen. Wenn ich mir die ganze Staffel angucke, fand ich, dass die Folge, also hat die Folge mich zumindest besser unterhalten als einige andere. Ich gebe deswegen mal dreieinhalb von fünf Deepfakes. Deep, ja. Deepfakes. Deepfakes. Das Ende war das, was man wollte. Das war der emotionale Pay-Off. Das war das schöne Ende, das bittersweet Ende, das man sich erhofft hat. Nur der Weg halt dahin war verdammt holprig. Also von diesen 45 Minuten bestand die meiste Zeit auch nur darum, Stormtrooper umzunieten, sind wir mal ehrlich. Und Darktrooper. Eben, der Darktrooper-Kampf war cool, die ganze Situation an sich war cool, am Anfang auch die Roundup-Scenes, als man halt das Team zusammengetrommelt hat, aber im Mittelteil ist halt außer eben generischen Shootouts nicht viel passiert. Das Ende war dafür umso stärker und hätte man mir am Anfang der Staffel gesagt, Luke Skywalker wird kurz vorbeischauen, hätte ich nur mit den Augen gerollt, aber so wie sie es gemacht haben, fand ich es okay. Es war immer noch stilvoll, es macht eben auch von der Timeline Sinn, weil es gibt ja nun mal in diesem Moment in der Galaxie nicht so viele Jedi-Ritter, wer sonst hätte da kommen sollen. Und Luke ist ja auch dabei, eine neue Akademie aufzubauen in dem Moment. Ja, wobei ich diesen Gedanken gar nicht mal so gut finde. Sobald Grogu Anzeichen von dunkler Macht zeigt, will er den doch wieder direkt umbringen. Gefährlich. Gut, also wir wissen, Grogu ist furchtbar verfressen, aber ansonsten setzt er die Macht eigentlich fürs Gute ein. Er hat ein paar Mal den Würgegriff angezeigt unter Mufgedien. Ja, er ist ja auch ein Baby, deswegen muss er ja geschult werden. Luke macht diesen Würgegriff ja auch erstaunlich oft, hat man in der Folge gesehen. Ich war nur trotzdem enttäuscht, wie man einen Bösewicht in einer Folge so komplett demontieren kann. Das stimmt, da hatte man nicht viel für ihn. Ich fand nicht komplett demontiert. Ich meine, er hat ja, er saß ja da und hat gesagt, ich hab das, was ich wollte. Deswegen kann ich ihm schon irgendwie widerstehen, nur seine Furcht, äh, hier, na. Er war nicht mehr so furchteinflößend, wie er jetzt vielleicht als Bösewicht mal war. Also, ich gebe alles in allem. Drei von fünf Deepfake-Gesichter. Ich hab am Ende einen starken Abgang bekommen und ich hab am Ende auch die Auflösung bekommen, die ich wollte. Und im Allgemeinen, da hat kaum jemand drüber gesprochen, bin ich doch auch ein bisschen überrascht darüber, dass wir die Grogu-Storyline jetzt vorerst tatsächlich beendet haben. Als wir das Ende von Staffel 1 hatten, hab ich halt gedacht, wie die meisten anderen auch, das ist jetzt der Aufhänger für den Rest der Serie. Für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, wie lange das auch immer laufen wird. Und die beiden werden sich erst ganz am Ende voneinander verabschieden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt hier wirklich dieses Ende findet. Wirklich nicht. Von daher war das sehr zufriedenstellend. Also, das Ende, wie gesagt, die letzten fünf Minuten haben das Ganze zu einer runden Sache gemacht, wenn auch die Folge alles in allem da mal wieder zu simpel konstruiert war. Und da hat auch dann was gefehlt. Aber insgesamt blicke ich auf diese Staffel zurück. Und ich muss sagen, wenn das auch viel angeteasert hat für zukünftige Serien und Spin-Offs und Crossover-Projekte, hab ich doch den Star Wars Fix bekommen, den ich wollte. Und man hat das Ganze noch größer gemacht. Man hat dem Ganzen eben noch mehr Lore hinzugefügt. Also, ich kann verstehen, dass die Hardcore-Fans mega begeistert sind, auch wenn hier mal wieder das Universum ziemlich auf der Stelle tritt und sich nicht viel weiterentwickelt, man nicht viel Neues erleben kann, neue Aspekte dem Universum hinzufügt. Aber es ist der Fix in den Arm für die Fans, den die Fans von der Sequel-Trilogie nicht bekommen haben. Und das gönne ich ihnen absolut. Das ist lustig, weil ich muss sagen, dass ich von der Sequel-Trilogie mehr bekommen hab als von dieser Serie. Ich mag die Sequel-Trilogie auch sehr. Also, Moment, Moment, ich mag die ersten beiden. Rise of Skywalker find ich mittlerweile geradezu abstoßend. Also, der sinkt in meiner Kunst mehr und mehr und mehr. Lustig, dass du das erwähnst. Fast auf den Tag genau hab ich den in eine Pressevorführung sehen dürfen. Und, ja, bei mir baut der auch mit jedem mal mehr ab. Rise of Skywalker ist jetzt genau ein Jahr her. Und das ist so, also, die meisten Leute tun echt so, als wäre das nie passiert, hab ich das Gefühl. Okay, ja, das ist krass. In meiner Blase halt irgendwie gar nicht. Ja, okay. Rise of Skywalker hat natürlich seine Fans auch. Aber ich werde niemals dazugehören. Der rangiert bei mir ziemlich weit, weit unten. Wir sind ja gerade in der Zeit, also, ist jetzt seit heute oder gestern rum, dass wir jeden Freitag wöchentlich eine neue Star Trek und eine neue Star Wars-Folge geboten bekommen. Das müsste eigentlich das Paradies für Fans sein. Und trotzdem meckern wir hier auf einem, wenn auch auf einem hohen Niveau, ziemlich rum. Die Frage ist halt, Übersättigung kann da wirklich auch ins Negative umschlagen. Ganz genau, wann kommt die Übersättigung, ist die Frage. Bei mir ist sie da. Zumindest was Mando betrifft. Bei manchen schon jetzt, bei manchen vielleicht erst nach vier Serien. Nur wenn halt dann diese ganzen Serien kommen, dann dauert es halt nicht mehr, dann werden wir nicht mehr dieses Szenario haben, was wir jetzt haben. Wo du halt fast ein Jahr Wartezeit hast, noch eine Mando-Staffel. Du hast demnächst drei weitere Realserien. Das heißt, du hast bestimmt Star-Wars-Content, um ganze sechs Monate damit zu füllen. Und da frage ich mich, ob Disney Plus wirklich so gut damit fahren wird und ob wirklich so viele Leute einverstanden sind, sich das kontinuierlich alles immer zu geben. Auch wenn es immer nur eine Folge pro Woche ist. Solo hat ja eine Bruchlandung hingelegt, weil das auf einmal der zweite Star-Wars-Film in einem Jahr war. Und jetzt können die acht Serien an ... Das habe ich auch nicht verstanden. Also erst hat man ja ganz viel Filme und so weiter angekündigt und so weiter und so weiter. Und dann hat man hier Rogue One und Solo, also Solo dann. Dann hat man die plötzlich alle wieder zurückgezogen. Und jetzt macht man das noch mal mit Serien? Mhm. Weil man halt auch irgendwo die aktuelle Entwicklung beobachtet, wie schlecht es den Kinos geht, Streaming ist die Zukunft, etc. Und da sagt man sich halt, dann machen wir halt lieber das. Weil Solo war ja tatsächlich Box-Office-mäßig ein Misserfolg. Der hat, glaube ich, gerade mal so seine Kosten eingespielt. Und deswegen hat man die Filmflotte zurückgezogen und sagt jetzt dann eben das Gleiche mit Serien. Weil die Leute mögen halt den Mandalorianer, also mehr davon. Nein, die wollen die Leute eben tatsächlich so ein bisschen mehr an Disney Plus binden. Bisher war das einzige Argument für viele Mandalorian. Das ist einmal im Jahr, dann haben sie die für acht Wochen am Haken. Ich kann dieses Konzept schon verstehen. Deswegen haben sie auch die WandaVision-Serie auf den Januar verschoben, damit die Leute da nicht direkt mit Mandalorian abspringen. Trotzdem wird diese Übersättigung schnell eintreffen. Und dann wird es wahrscheinlich irgendeine Serie treffen, auf die wir uns gefreut haben, weil sie eben davor so zwei, drei mittelprächtige Dinge rausgeballert haben. Aber man muss ganz ehrlich sagen, also wir hier, wir sind ja hier unser eigener Kosmos. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die meisten Mando-Folgen richtig hart abgefeiert werden. Das sieht man auch gerade, wenn man einen kurzen Blick in die IMDb werft, dann liegt diese Folge, glaube ich, momentan bei 7.000 Bewertungen, bei 9,9 von 10. Ja, ja. Und auch die Serie an sich ist ja bei 8,6 und besser bewertet als andere Science-Fiction-Serie, wo ich mir denke, was, wie kann das denn sein? Und vor allem diese ganzen Crying-Reactions, die wir gestern gesehen haben, 9,9. Und ich dachte danach, never, ever, nee. Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Das zeigt mal wieder, Star-Wars-Fans verlangen nicht viel. Star-Wars-Fans wollen ihren Star-Wars-y-Stuff, am besten unverändert und pur, nicht gestrecktes Zeug. Die wollen ihre blaue Milch frisch aus den Mutterzitzen. Ihr Star-Wars-Zeug direkt in die Venen und dann sind sie glücklich. Da ist ja erst mal auch nicht Schlechtes dran. Nur wenn man sich halt nur in Nostalgie ertränkt, dann wird sich das Ganze schnell totlaufen. Do you remember? Und wenn dann eben die Übersättigung eintritt, dann, wie gesagt, so ein-, zweimal, alle ein-, zwei Jahre kann ich mir das auch mal geben. Aber dann ist auch gut. Da muss ich nicht noch raus, also wie gesagt, von den ganzen Ankündigungen bin ich wirklich am meisten noch interessiert an Ahsoka, weil ich auch die Folge mit Abstand am besten aus dieser Staffel fand und da echt eben, ja, hoffe, dass ich da mal so vielleicht was Düsteres oder mal wieder was Atmosphärisches bekomme, was ich halt sonst nicht finde. Aus dem Kontext gerissen fühlt sich diese Ahsoka-Folge dann tatsächlich auch an wie ein langer Trailer zu der Serie. Und freut sich eigentlich niemand auf Obi-Wan? Also ich schon. Doch, so ein bisschen. Ich freu mich jetzt nur nicht so besonders auf das Spin-Off oder die Vorgeschichte zu Rogue One. Rogue One war tatsächlich so mit einer meiner Lieblings-Sauce-Filme. Den mochte ich einfach, weil er so was, so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, weil er so rau, so dreckig war, so kompromisslos. Wenn du das jetzt versuchst zu kopieren, dann wird das eben auch Mainstream und dann nutzt sich das auch ab. Du wirst dann auch die Vorlage zu K2SO sehen. Also Alan Tadek wird quasi die menschliche Version von ihm spielen und wie man diesen Androiden entwickelt. Ich finde das schade. Im Prinzip war das eine Suicide Squad, deren Geschichte mit diesem einen Film auserzählt war. Und einen Fehler, der seit Jahrzehnten vorhanden war, mit dem Konstruktionsfehler am Todesstern, damit dann ausgemerzt hat. Ja, ja. Der größte Schwachpunkt von Rogue One waren ja die Figuren. Und dass man da tatsächlich dann die Hauptfigur von Rogue One nimmt und ihr eine eigene Show gibt. Weil jeder assoziiert dann natürlich dann damit, dass der dann da in der Serie genauso langweilig wird wie in dem Film. Und das muss ja nicht sein. Vielleicht wird Cassian Endor in der Serie ein super Charakter. Aber die Vorfreude ist verständlicherweise so gedämpft, weil alle sagen, der größte Schwachpunkt von Rogue One waren die Charaktere. Die waren absolut blass und platt wie eine Flunder. Und jetzt geht's um diesen Typen. Ähm, Saul Guerrera, den wir auch aus Rogue One kennen, den hab ich jetzt auch ein paar Mal bei Rebels gesehen. Das war eine interessante Charaktererweiterung. Da hat man auch gesehen, wie er zu diesem gebrochenen Mann werden konnte, der er dann letztendlich ist. Da haben sie in den Serien eben schon eine gute Vorarbeit geleistet. Aber auch da saß ein Dave Filoni am Script, der auch diese Charaktere ausgearbeitet hat und das über mehrere Stunden hinweg tun durfte. Diese Laufzeit, die haben wir bei einem Mandalorian nicht. Die haben wir bei einem Film nicht. Logisch. Vielleicht bin ich auch deswegen mehr so ein bisschen Clone Wars verwöhnt und sage, hier, da haben sie wirklich cooles Storywriting gemacht. Und deswegen wird da auch zusammen mit Till und Dom zumindest zu Clone Wars ein Cast kommen. Bei Rebels werden wir da noch weitersehen. Ja, und das war jetzt der perfekte Teaser für den nächsten Star-Wars-Cast hier beim Tele-Stammtisch. So wie der Teaser am Ende dieser Folge. Ja, die werden wir doch zur Teaser-Show, die wir selber kritisiert haben. Meter. Genau. Und weil es so schön ist, werfe ich auch gleich noch einen anderen Teaser in den Raum. Denn Patrick und ich, wir haben vor zwei Tagen die ersten Folgen von The Expanse, Staffel 5 besprochen. Auch eine Science-Fiction-Serie, die für mich eine willkommene Abwechslung zu The Mandalorian ist. Und auf die ich jetzt auch die nächsten Wochen hinfiebere und zudem auch noch mal einen Abschluss-Cast. Falls ihr also noch nicht genug von Science-Fiction habt, hört doch da auch da gern mal rein. Fantastisch. Wundervolles Schlusswort. Genau. Denn das Tele-Stammtisch-Universe expandiert genauso wie das Star-Wars-Universe. Wollen wir der Staffel an sich auch noch eine Bewertung geben? Oder belassen wir es bei uns? Können wir machen. Dann Patrick. Das ist jetzt die festgelegte Reihenfolge. Tut mir leid. Tu es. Ach, erinnert mich an Sport. Wer ist jetzt der Erste? Patrick! Der Staffel ist es tatsächlich auf die Füße gefallen, dass man die erste Hälfte so ein bisschen rumgeschlendert ist und sich nicht wirklich auf den Story-Fokus einigen konnte. Ja, da wurde ein bisschen Nostalgie getriggert. Aber es war wirklich eine Unterfütterung, die den Staffelaufbau dann zum Schluss ein bisschen hetzen lassen hat. Was ich leider ein bisschen schade finde. Der emotionale Moment am Schluss hat dann doch funktioniert. Aber hätte man das verkackt, dann wäre da wirklich ein untalentierter Mensch am Werk gewesen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, wie viel wir von diesen Serien besprechen. Aber diese Staffel bekommt so 3 von 5, vielleicht mit Nostalgie-Bonus. Oder wenn ich mal gut drauf bin, 3,5 von 5. Aber ist es denn eben nicht. Es war für mich schon eine kleine Enttäuschung. Ja. Bällchen. 3,5 Bällchen. Bällchen. Für mich wäre es wahrscheinlich ohne die Ahsoka-Folge, die ich ja wirklich grandios finde. Eine 2,5 von 5, weil ich das einfach, ja, durchschnittlich fand. Und die Optik, die sah alles super gut aus. Und man hatte diese kleinen Fan-Momente, die dann doch mal kurz das Herz höher schlagen lassen. Aber für mich war es halt nicht mehr. Aber wie gesagt, durch Ahsoka lande ich auch bei 3 von 5 Bällchen. Dann machen wir den Hattrick. Ich sage auch 3 von 5 Bällchen. Es hat beim Storytelling den absoluten Basiswert. Es hat eben das gemacht, was es machen musste. Es hat die Grogu-Storyline zufriedenstellend zu Ende geführt. Es hatte unglaublich coole Star-Wars-Fuck-Yeah-Momente, die 1 zu 1 mit den Filmen mithalten konnten. Aber dass das Storytelling sich immer so auf dem absoluten größten gemeinsamen Nenner bewegt hat, dass du halt immer nur Side-Quest, nächste Woche Side-Quest, nächste Woche Side-Quest hattest. Ja, ich kann absolut verstehen, wenn einem das nicht gefiel. Alles in allem mag ich das Konzept der Serie. Ich mag auch das Simple daran. Ich will ja auch nicht unbedingt, dass Star-Wars-Serien jetzt im Storytelling so komplex werden, dass bestimmte Leute davon abgeschreckt sind. Ich meine, letzten Endes, wir müssen immer das Zitat von George Lucas bedenken. Bei jeder Form von Star-Wars-Medium, bei jeder Form von Star-Wars-Content, müssen wir immer das mit berücksichtigen, was George Lucas mal sagte über den ersten Film. Well, in the end, it's a movie for 12-year-olds. Und der Tag, an dem sich die 12-Jährigen von Star-Wars abwenden, ist der Tag, an dem Star-Wars nicht mehr Star-Wars ist. Es geht darum, das Kind in sich zu entdecken und einfach nur eine gute Zeit zu haben. Und das hat die Staffel mir gegeben. Aber ja, da ist eine ganze, ganze Menge Luft nach oben. Ich hab aber tatsächlich eine interessante Beobachtung gemacht, dass Menschen mit Kindern dem Ganzen dann doch ein bisschen mehr abgewöhnen können, weil sie durch die Begeisterung ihrer Kinder vielleicht ein bisschen mehr angesteckt werden und dann ein bisschen leichter in die Nostalgieschiene reinrutschen können. Ich sag nur Till. Oder ja. Das stimmt absolut. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Siehst du? Und da merkt man eben auch, da funktioniert die Magie von Star-Wars am besten. Und das ist auch immer der Grund, warum ich denke, die sind vielleicht bei Disney gar nicht so schlecht aufgehoben, wenn halt nur die talentierteren Leute daran arbeiten würden. Aber wir sehen ja, was in Zukunft noch kommt. Ich bin jedenfalls gespannt. Und ihr werdet hier beim Tele-Stammtisch in der einen oder anderen Form natürlich Casts hören zu den neuen Realserien, auch zu einigen der animierten Serien. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch weiterhin die Ohren vollquasseln bis zum jüngsten Tag. Wenn ihr von eurer Seite dann nichts mehr kommt. Ach, ich freu mich doch so ein bisschen auf die Obi-Wan-Serie. Auch wenn Rebels den perfekten Übergang auf Episode 4 geschaffen hat. Ach, schon allein, wenn du Hayden Christensen dann mit darf, wo ihr da was ... Ah, ich mag keinen Sonntag reden hören wirst, wird das bestimmt lustig. Und Ewan McGregor als Obi-Wan, die beiden hatten zumindest eine gewisse Chemie, die diese Star-Wars-Prequels zumindest irgendwie unterhaltsam gemacht haben. Ich bin mal gespannt, wie viel sie da von dieser Mythologie verändern werden. Die könnten die ja nicht die ganze Zeit auf Tatooine festsitzen lassen. Ja, für die Obi-Wan-Serie melde ich mich auf alle Fälle schon mal an. Und für Ahsoka auf jeden Fall. Ja, bin ich dabei. Ah, also bei Ahsoka bin ich auch dabei. Okay, dann werden wir vielleicht in der Form zu dritt zumindest bei Ahsoka wieder zusammenfinden. Ja, mal schauen, inwiefern ich da bei den anderen einsteigen werde. Ja, wir werden in verschiedenen Formen dann halt da sein. Vielleicht auch mal in einer Folge mit dem Team und dann in der nächsten Folge zu der Serie vielleicht mit einem anderen Team. Da müssen wir ein bisschen mehr improvisieren. Da müssen wir halt ein bisschen mehr die Grenzen aufbrechen. Aber wie gesagt, an Content wird es nicht mangeln. Wir sind gespannt und wir werden wieder zu hören sein. Dann bedanke ich mich bei euch für die letzten acht Wochen. Jo, gerne. Das war sehr schön. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Diese Freitage, okay, jetzt ist es ein Samstag, aber ansonsten war es immer ein Freitag. Oder in den Samstag rein. Oder in den Samstag rein. Wird mir fehlen, aber das wird ja zurückkommen in der einen oder anderen Form. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich abermals bei euch. Gerne. Und wir blicken in die Sterne und werden sehen, wo uns der Weg in dieser Galaxis hinführt. Ich sage, das war der Weg. Das war der Weg. Das war der Weg. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. An jeden, von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können, auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen. Bitte nutzen Sie die Bitte. Und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.